Rotes Hemd und Galsestift. Der SV Speckzart hat ein neues Trikot und einen neuen offiziellen Trikotpartner. Hermann Kreis, das Tiefbauunternehmen am Luggenweg in Speckzart, unterstützt unser Westfalen. Hermann Kreis, Tiefbau, unser neuer Trikotpartner. Danke. Bei Intos in Gütersloh gibt es Computer maßgeschneidert und nicht von der Stange. Wir stellen Ihren Wunschcomputer individuell zusammen, ob für Sie privat oder für Ihre Firma. Service wird bei uns großgeschrieben. Ob Netzwerk, DSL, Datensicherung, Hardware oder Software. Wir beraten Sie gern. Intos IT-Services, Rolf Sagemüller, der Computerexperte in Gütersloh Speckzart. Herzweg 16, Telefon 210 25 64. Der SV Speckzart trifft mit Sportlife. Unsere Trikots, Hosen und Fußballschuhe kommen aus dem Herzen von Fern. Der Sportlife-Shop und Nike sind Partner und Ausbestand des SV Speckzart. Wir sagen Danke. Sportlife für Ihre chemische Sportverkündigung. Endlich heißen Sie Holzmöbel, wie Sie wollen. Mit Bussi und Siebeke heißen die. Die machen alles Gute aus Holz. Für jedes Möbelstück genau nach unseren Wünschen. Mit Bussi, die Bussi und Siebeke. Die stelle dir ihr ganzes Know-how in massive Hölzer wie Ahorn, Bufe, Eiche und Kirsche. Nur die Massiv-Holzmöbeln könnte ich dich küssen. Bussi und Bussi und Siebeke. Die Massiv-Holzmöbeln aus Fernsurenheide an der Industriestraße. Und nach dem Spiel trifft man sich im Speckzart Akruch. Das Vereinslokal des SV Speckzart gratuliert der ersten Mannschaft zur grandiosen Saison. Unser Hotel-Restaurant und im Sommer unser Biergarten bieten Ihnen ein gemütliches Ambiente. Christiane und Dirk Bordi freuen sich auf ihren Besuch. Der Specksader Krug an der Ferler Straße, mitten in Speckzart. Wir sehen uns. So, jetzt darf ich Sie recht herzlich zum heutigen Westfalen-Liga-Spiel vom 21. Spieltag begrüßen. Vor allen Dingen begrüße ich natürlich unsere Gäste und die Mannschaft vom TUS-Dormberg. Die Mannschaften spielen heute in folgender Aufstellung. Unser Gast vom TUS-Dormberg spielt im Tor mit der Nummer 22 Jan Schönwalder, mit der Nummer 7 Janis Theemann, mit der Nummer 8 Bördin Eitersaar, Nummer 9 Felix Buber, Nummer 10 Ugo Pamuk, Nummer 12 Loritz Michael Hill, Nummer 18 Thies Kambach, mit der Nummer 20 Mario Bertram, mit der 21 Sören Sieg, mit der 26 Patrick Reinsch und mit der 32 Addis Hasel. Ersatzspieler beim TUS-Dormberg sind mit der Nummer 1 Benjamin Schafrin als Ersatz-Torwart, mit der Nummer 5 Jordan Haselneck, Nummer 6 Samir Bobay, Nummer 11 Hakan Kotschermann, Nummer 14 William Owusu, Nummer 16 Sebastian Block und Nummer 23 Ilhamid Karabas. Der SV Specksader spielt in folgender Aufstellung. Im Tor mit der Nummer 1 Dennis Mann, mit der Nummer 3 Björn Bernbrinker, mit der Nummer 6 Raphael Negri, mit der Nummer 7 Matthäus Vickovic, mit der Nummer 8 Assis Y, mit der 9 Matthias Göck, mit der 10 Mehmet Dagdelen, mit der 14 Dominik Jäger, mit der 17 Lars Bräugmann, mit der 18 Dominik Wolkert und mit der 19 Ilja Nepke. Ersatzspieler beim SV Specksader sind heute mit der Nummer 12 Ersatz-Torwart Tobias Bernpol, mit der 11 Kamil Orhan, mit der 15 Christian Kucklok, mit der 21 Daniel Koberstein, mit der 23 Thomas Vickovic, mit der 24 Robin Barg und mit der 25 Manuel Fussi. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist der Sportkamerad Hendrik Rotkott aus Oelde und assistiert wird er in der Linie von Stefan Kuppin und Norbert Rückert. So, jetzt wünsche ich allen Spielern viel Spaß beim heutigen Spiel. und die Mannschaften werden übrigens heute auf den Platz geführt von der 4. und 5. F-Jugend des SV Specksart und von der 2. und 3. F-Jugend des FC Isol Horst. und von der 3. und 4. und 4. und 4. und 5. und 4. und 5. und 5. oh, ich bin der Ball. gut, dass wir waren. Ja, ist gut, dass es zu überlegen. Ja. Du hast noch mal gesagt, dass die wieder hier hinlaufen müssen und nicht, äh. Ne? Die wollen doch gleich mitspielen. Nein, nein. Ich hab noch. Ja, aber komm, weil wir gleich auf ihn gehen. Ja. Wir sind doch ein alter Hasen, oder? Ja, so zu sagen. Bravo! Wir sind hier reingelaufen! Hallo! 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 Sehr gut! Hallo! 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 Vielen Dank! Hallo! 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 Das war Papa! So einfach wie du! Hallo! 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 Hallo!